Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Aliens Colonial Marines Part 10. Ja, und wir waren gerade hier in der Kommandozentrale oder was es hier auch immer ist. Hat mich der Käpt'n gerade Babyface genannt? Jawohl, Babyface. Bringen wir die Sensoren an. Ich will wieder zurück. Ich weiß. Hiermit schützen wir uns alle, nicht nur Bella. Okay, also wir müssen die Sensoren anbringen und ja, hier waren gerade sehr viele Easter Eggs und da werdet bestimmt auch noch viele Easter Eggs kommen. Und der O'Neill hat gerade einen Kung-Fu-Tritt gemacht in die Luft und hier... Ja, okay. Egal, jetzt geht's weiter so. Hier liegt Munition, perfekt. Raid, wo gehst du hin? Ich kann dir nicht folgen. Okay, ja, hier nochmal ein Easter Egg. Hier ist der Schacht. Äh, wo die geflüchtet sind. Ich mach mal die Taschenlampe an. Ja, okay. Sehr tolle Lichteffekte hier. Ähm, ja, auf jeden Fall. Hier sind die geflüchtet in den Alien-Filmen. Also in dem, besser gesagt, in dem zweiten Teil. Also Alien-Die-Rückkehr. Äh, da sind die hier vor den Aliens geflüchtet und... Ja. Wieder ein Easter Egg. Das wird wieder ein Easter Egg-Part. Ähm, okay, hier. Das muss ich drücken. Ja. Einer von fünf. Alles klar. Verstanden, Winter. Bleiben noch vier weitere. Okay, ich guck mich hier mal ein bisschen... Oh. Oh, das kennen wir doch noch. Hallo, Facehacker. Was ist denn das Ding, das Pelle angegriffen hat? Winter, was geht hier vor? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Also wie ihr seht, das sind diese Facehacker. Hier sieht man sie jetzt nochmal in voller Pracht. Und ich hoffe mal tot. Und ja, also wie gesagt, die komplette Räume hier sind von dem Alien-Film Alien-Die-Rückkehr. Ähm, und... Ja, deswegen sieht man hier halt sehr viele Easter Eggs. Und gerade das hier mit den Gläser ist halt in dem Alien-Film... Und ja, hier sieht man halt die Facehacker und sehr viele, sehr, 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 sehr viele Easter Eggs. Und hier nochmal das nächste Easter Egg. Hier war, äh, Ripley mit der Nude. Und die hingen hier auf dem Bett geschlafen und plötzlich sind zwei Facehacker, äh, also die hingen die Angriffe. Und, äh, die hingen sich halt versucht zu wehren. Und, äh, ja, hier liegt sogar noch der Facehacker, den der, den die erschossen hingen dann. Ja, er ist tot. Und, ja, okay, also... Das sieht hier alles noch genauso aus wie, wie in dem Film. Und, ähm... Hier ist nochmal ein Gang. Da laufe ich einfach mal weiter. Oh, hier hinten muss ich was anbringen. Okay, wieder so eine Sicherung oder was es nochmal war. Ne, Bewegungsradar, genau. Ähm, Bewegungssensor. Okay, der zweite Sensor ist jetzt aktiviert. Verstanden, 3-3. Machen Sie weiter so. Das werde ich tun. Aber ich gehe nochmal ganz kurz zurück, weil da warten noch mehr Räume. Aber erst mal kurz hierhin. Oh. Scheint, als hätte sich hier jemand ganz schön heftig zur Werke setzen. Alle Waffen leer. Keine einzige Patronen. Ja, O'Neill, du kannst ruhig lauter reden. Rauter leden. Äh, du kannst, du kannst ruhig... Rauter leden. Du kannst ruhig lauter reden. Oh mein Gott. Menschenskinder. Ja, also, ähm... Ihr seht hier auch wieder die Waffe von den Alienfilmen. Und, äh, die sind hier in dem Alienfilm die Aliens brutal abgewehrt. Und, äh, da ist hier die eine Waffe im... Also, das ist genau gleich wie im Film. Hier die eine Waffe, äh, ist auf Null. Also, die hat keine Munition mehr. Und hier, die hat noch vier Schussketten. Also, genau wie im Film. Wieder ein Easter Egg. Wer hätte das gedacht? Okay. Und hier nochmal einen Raum. Der mir gerade gar nicht so... Huh, was ist das? Da war gerade irgendwas. Und das war im Schacht. Okay, aber nichts auf dem Radar. Ja, der Raum, der kommt mir gerade geil so bekannt vor. Ich glaube, das ist der Raum, wo der Bishop in dem Alienfilm... Oh, Neil, irgendwas macht hier Geräusche und ich habe Angst. Ja, ähm, also der Bishop hat hier, glaube ich, einen Facehacker. Ähm, untersucht in dem Raum, glaube ich zumindest. Und was ist das hier für ein Raum? Oh, Erkennungsmarken. Sehr schön. Yes. Okay. Und hier, da war ich schon drin, oder? Ja, da bin ich hergekommen, genau. Und... Okay, dann gehe ich... Ah ja, genau, hier. Bewegungssensor anbringen. Okay, das machen wir doch gleich. Perfekt. Drei von fünf. Bishop, die Verbindung zu Sensor 3 sollte stehen. Over. Verstanden, Winter. Klares Signal auf Sensor 3. Alles klar. Okay. Dann noch zwei Stück und, äh, dann gehe ich mal hier rein. Und dann gucke ich mal, wo ich den nächsten Sensor anbringen muss. Okay, den Raum kenne ich jetzt auch nicht von den Alienfilmen. Von dem Alienfilm. Sieht aus wie eine Leichenkammer. Ja, sieht sehr stark nach einer Leichenkammer aus. Überall leere Betten. Und dann bringe ich hier noch den Sensor 4 an. Okay, und hier kann man rausgucken in den freien Himmel. Und ich muss den letzten Sensor anbringen. Mein Bruder sagt gerade, ich kann auf dem Radar gucken, wo ich den Sensor anbringen muss. Und, ah, hier. Ah, okay. Also muss ich da rüber. Alles klar. Dann gehen wir noch da rüber und bringe hier den letzten Sensor an. Genau da. Okay. Ähm, ja, hier steht die Türe. Okay. Dann. Ah, okay. Da. Alles klar. Schnell, schnell, schnell. Okay. Und der letzte Sensor ist angebracht. Warum ausgerechnet im Leichenraum? Alter. Okay. Das wird hart. Das wird richtig hart. Oh nein. Ich hasse diese Stimmung hier gerade. Hier ist gerade alles komplett ruhig. Komplette Stille. Ihr hört nur mich. Und vielleicht mal den O'Neill, wenn der auch mal was sagt. Aber dann hört man ja sowieso nie, weil er so leise redet. Okay. Okay. Der Sensor ist da vorne. Was zum Henker. Da war gerade was auf dem Radar. O'Neill. Hast du das auch gerade gehört? Das war gerade sehr gruselig. Jetzt. Okay. Runter, O'Neill. Irgendwas ist euch auf der Spur. Bewegt darin hinter ein Umgehen zur Operationszentrale. Scheiße, O'Neill. Das war gerade Aliens. Fuck. Ich renne hier einfach nur durch. Ja, okay. Renn. Schnell. O'Neill. Oh, fuck. Oh mein Gott. Schnell weg hier. Einfach nur raus. O'Neill. Renn doch. Da bin ich hier. Oh mein Gott. Ja. Oh nein. Da kommt der Nächste. Ich muss hier raus. O'Neill. Schnell. Oh, ich habe O'Neill zurückgelassen. Oh mein Gott. Scheiße, ich lau falsch. Au. Alter. Boah, ich bin fast tot. Oh nee. Oh nee. Okay, ich bin fast tot. Ganz ruhig. Ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Okay, wo muss ich hin? Wo ist die verdammte Zentrale? Ich habe mich in... Ah, okay. Dahinter. Alles klar. Ganz ruhig. Scheiße. Ich bin tot. Ich bin tot. Fuck. Scheiße. Aua. Du dreckiger Alien. Verdammt. Scheiße. Ah, okay. Ich bin das erste Mal gestorben. in Aliens Colonial Marines. Meine Nase ist verstopft. Und... Ja. Und jetzt nochmal. Okay, wo ist die Zentrale? Diesmal laufe ich schnell richtig. Okay. O'Neill. O'Neill. Okay, ich kriege ja auch ein Trophäe, wenn ich den Alien in der Luft wegschlag. Das versuche ich. Vielleicht schaffe ich das noch. Da war kein Alien. O'Neill. Schnell weg hier. Oh. Okay. Ja gut, dann geh weiter. Schnell. Ich fahre hier noch mehr kommend. Okay, das war normalerweise in der Luft. Jetzt müsste ich ein Trophäe kriegen. Oh. Wo ist meine Trophäe? Das ist eine Erkennungsmarke, oder? Nee, Munition. Okay, ich bekomme keine Trophäe. Jetzt bin ich traurig, aber okay. Huh. Hä? Wo ist der hin? Okay, das war gerade sehr gruselig. Nicht mit mir, mein Alien-Freund. Den hat's zerfetzt. Okay, schnell weg hier. Ja, ich muss hier lang. Okay, hier bin ich richtig. Gott sei Dank. Leute, wir werden angegriffen. Okay, okay, ganz ruhig. Oh mein Gott. Oh. Ich bin schon doch fast tot. Was soll der Scheiß, Mann? Alter. Gott sei Dank. Ja so, wir holen es uns, ja. Okay, ähm, Leute, ich glaube, ich beende den Part hier. Erstmal die Heilung hier holen, oder besser gesagt den Schutz. Ähm, weil der geht schon 13 Minuten, deswegen, hier war auch gerade ein Kontrollpunkt, deswegen beende ich den Part hier und dann holen wir im nächsten Part das Geschütz. Und, äh, dann sag ich mal ciao und bis zum nächsten Mal, bis zu Part 11. Ciao.